Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Wir waren hier in diesem Dingens hier stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ähm, eben aufzunehmen? Ah, Munition, okay. Äh, wir hatten... Schrotflinte, genau. Kann ich das damit kaputt machen? Ja, kann ich, okay. Super. Oh, es ist wieder Ewigkeiten her, dass ich aufgenommen habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Muss mein Mikrofon mal eben zurecht drücken, genau. Äh, ich hoffe mit dem Greenscreen ist alles super soweit. Ich habe jetzt nämlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Part auch schon hatte. Äh, meine Greenscreen-Wand. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Part auch schon hatte. Und ich weiß, dass ich jetzt gerade definitiv keine 60 FPS habe. Ei, 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 ei. Okay. Komm schon, Lara. Auf dem Ohr ist der Sound ziemlich laut. Ei, ei, ei. Ähm, ja, und ich habe jetzt mal alles wieder eingestellt, richtig. Ist meine Deckkraft irgendwie... Okay, meine Deckkraft ist, glaube ich, nicht 100% von meiner Kamera. Spring! Super. Komm, Lara. Nice. Ähm, muss ich da oben echt gegenspringen? Ich will nicht! Ei! Okay. Huh. Ähm, ja. Ich hoffe, es geht alles so. Trotzdem von der Cam her. Oh, 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 oh. Oh Gott, das ist ja noch eine. Noch einer. Oh Gott, der mit dem Schild. Ei, 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 ei. Ich will da nicht raus! Danke! Endlich habe ich diesen Typen getroffen, Alter. Ich weiß gar nicht mehr. Wie war das? Zur Seite springen und schießen. Super. Hat besser funktioniert als erwartet? Okay, gut. Der ist hier raus, weil der ist unter Ihnen. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, die Einstellungen hoffentlich alles gut. Ich habe jetzt mal auch ein bisschen was in meiner Cam umgestellt, sodass die, ja, äh, Farbanzeige ein bisschen anders ist, sodass ich halt den Greenscreen besser einstellen kann. Ah ja, ich muss gleich unbedingt in dem nächsten Part, oder also bei der nächsten Aufnahme wieder das Dings umstellen. Hey! Äh, die, die Deckkraft von meiner Cam, weil die nicht 100% ist, definitiv. Ähm, das kann ich, wie war das mittlere Maustaste, ne? Genau. Herziehen einmal. Was muss ich denn damit machen? Wo muss ich das hinziehen? Ah, okay. Moment, Moment. Hm? Ah, hier drücken. Nice. Okay. Okay, und das hier muss ich jetzt auch nochmal kurbeln. Kurbeln. Ah! Okay, perfekt. Also muss ich das jetzt nochmal herziehen, oder wie? Ja, muss ich. Nochmal? Ich hab keine Ahnung. Die Pfeile, die Seile irgendwie durchsiehen? Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Moment, auf jeden Fall ist das schon mal offen. Das ist alles, alles super. Okay, aber was muss ich jetzt machen? Wo muss diese Glocke hin? Muss ich das vielleicht... Ey! Einmal hier hinziehen? Ne, ich muss das schon da hinziehen. Dann kann ich hier noch mehr irgendwie aufmachen an... Binden. Ne. Muss ich da oben vielleicht nochmal wirklich... Abschießen. Auch nicht. Okay. Was war hier grad? Da war es. Achso, Munition. Ja, okay. Munition dafür und dafür. Okay, Moment. Muss ich vielleicht mit der Shotgun irgendwie... ...einmal da hochschießen oder so. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich muss irgendwie diese Seile durchtrennen. Aber ich weiß nicht, wie. Ne, auch nicht. Auch nicht. Moment. Hm? Zieh her! Ah, okay. Moment. Das könnte sein. Okay. Ah! Wieder zukurbeln. Genau. Ah! Ich muss diese Säulen da durchbrechen. Also okay. Also diese, diese. Genau. Super. Das heißt, die eine Glocke hängt schon mal runter. Dann will ich das hier wieder aufmachen, das andere zu. Danach muss ich beide aufmachen. Alles klar. Okay. Alles klar. Mann, ich glaube, ich mache das gleich mit der Cam. Das regt mich grad ein bisschen auf. Egal. Eigentlich wollte ich nämlich eine aufmerm Session machen. Das heißt, mal wieder ein bisschen was am Stück aufnehmen und nicht nur... äh, ein Part jeweils. Höh! Höh! Als ob ich dich nicht besiegt hab. Geh weg! Da kommt noch einer! Noch einer! Was ist das? Ja, ach! Ah, komm schon! Aufmachen! Mh, supergeil. Aber erstmal noch hier alles blindern. Teil... Ah, Bogenteile gefunden. Okay, super. Super, 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 super. Ups. Daneben gehauen. Sieh! Und... Bats! Glocke hat den Boden eingerammt. Ei, 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 ei. Alera muss so viel durchmachen. Das ist ja heftig, ey. Das ist so heftig. Ähm, ich sollte laufen. Spring! Alles klar. Oh, Gott, Lara. Oh, Gott. Ähm. Alles klar. Auf... die Brücke. die runterfällt und Lara kracht zu Boden und überlebt es. Oh, Gott. Das ist... Tschööööö. Es laggt grad so. Gleich kackt mein Rechner wieder ab, Alter. Ich... Ich seh's kaum. Gleich kackt mein Rechner ab. Okay. Holy shit. Holy fucking shit. Alles klar, ey, dass Lara da... Nee. Hallo. Sam. Hallo. Sam. Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nichts hinzuhören. Sam. Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Hinnikos Grab. Auf jeden. Rock, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam rechnet, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Bin ich auch für. Galerie freigeschaltet. Hauptmenü und Extras. Alles klar? Oh ja. Speicherpunkt. Ja. Genau, du klingst wie Dad. Das ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Sehe ich genauso, Lyra. Sehe ich genauso. Super, wir haben die Shotgun abgegradet. Was ist denn hier unten so? Da oben können wir hoch, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann mal hoch, Lyra. Genau. Noch so einen komischen Typen entzünden. Wir müssen noch ein Leuchtfeuer machen. Danke, okay, Moment. Einmal bitte hier rauf, Lyra, danke. Und dann, ups, so das da hinmachen. Dort festbinden, dann kann ich nämlich dort hoch. Super, da müssen wir, glaube ich, gleich rüber. Schätze ich jetzt mal auf jeden Fall. Runter, genau. Der Tastor, so rum, ja, daran zu springen wieder. On this soil. Oh, kacke. Oh, kacke. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Okay, alles klar. Ähm. Kann ich auf diesen Balken hier rüber balancieren? Ja, kann ich. Alles klar. Das ist sehr gut. Oh, spring. Einmal das aufheben. Einmal das kaputt machen. Super. Und das anzünden. Perfekt. Ach, Erleuchtung gemeistert. Schön. Kann ich da... Ja, ich komme wieder hoch, okay. Bringt das, was wir nicht darauf balancieren. Hm. Müssen wir darüber auch nicht mehr. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay. Wow. Okay, egal. Ähm. Gucken wir mal. Wollen wir da noch lang? Nee. Ich glaube, das ignorieren wir ausnahmsweise. Obwohl... Wir können ja mal hingucken, was hier so ist. Vielleicht noch eine geheime Höhle ist oder sowas. Das können wir da anfackeln auf jeden Fall. Jetzt mach doch mal, Erleucht. Danke. Dann haben wir dadurch nämlich gleich wieder... Zack, eine Kiste, die wir aufklatschen können. Genau. So, irgendwie müssen wir... Ach, das ist da oben. Können wir so entzünden. Okay. Müssen wir hier hin. Das kaputt machen. Und... Diese Kiste aufbrechen. Genau. Dann hier hoch. Diese Fackel entzünden. Können wir das hier... Hier ranziehen. Genau. Ist hier oben vielleicht noch was? Nee, da oben können wir gar nicht rauf. Okay, gut. Dann kommen wir nur noch... Upsi. Können wir noch... Hier stehen. Und... Und das dort oben entzünden. Genau. Dann bekommen wir noch eine Kiste. Da oben müssen wir, glaube ich, nicht rauf. Habe ich so, sie könnten wir da rauf, glaube ich. Hm. Na ja. Dort ist auch keine geheime Höhle oder so. Alles klar. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter. Ich habe so Schiss, dass mein Rechner gleich abkackt, weil es alles hier mega laggt. Und... Und... Ja. Da hat sich mein Rechner schon öfter mal einfach so ausgeschalten. Ich muss wie gesagt, unbedingt... Habe ich ja in den letzten drei Parts, irgendwie in dem ersten, glaube ich, davon... Also in dem Part neun, glaube ich. Habe ich das ja schon öfter erwähnt. Habe ich das ja schon erwähnt, dass ich mir unbedingt neue Sachen holen will. Neues Motherboard, etc. Ja, die ganzen Sachen halt. Aber ich weiß halt noch nicht, wann ich es machen kann. Etc. Das ist halt das Problem. Okay, wir sind voll mit Munition. Einmal nachladen. Aufnehmen. Super. Oh, wo sind wir jetzt? Sudkin und so. Geil. Ja, Sudkin? Was? Cutscene. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen Sie von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey! Sie hat das Rumpfgerät. Sam! Sam! Lass dich in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass dich sofort in Ruhe! Kacke! Also da müssen wir jetzt runter. Okay. Können wir hier aber... Hier können wir noch sicherlich irgendwas holen. Zum Beispiel können wir dort hoch. Würde ich mal meinen, genau. So. Geh runter da. Okay. Okay. Ach, hier ist noch so ein... So ein, so ein, so ein... Es mangelt mir... Nein. Will ich nicht hören. Komm ich... Dorthin? Nein, komme ich nicht. Okay. Ich glaube, mehr gibt es aber auch nicht, oder? Da können wir noch... Doch, da können wir noch raus. Lecks. Ohne Ende, Alter. Jetzt sind wir hier. Okay. 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 Alles klar. Alles klar. Ja, komm. Rutschen wir mal runter. Hoppa! Putz. 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 Jetzt komm! Okay, mehr gibt es, glaube ich, nicht. Alter, wie viele Schüsse der Typ ausgehalten hat. Drei Stück? Hm, Teile für die Schrotflinte. Okay. Ja, was habe ich hier? Ah! Ja, was muss ich denn machen? Eben... Achso, eine... Ach, wir haben eine Lampe. Alles klar. Eine Öllampe, wie es so aussieht. Halt eine brennende Lampe. Sind wir denn jetzt? Ich spring... Ich spring mal hier. Oh Gott! Lol! Wow! Ich wusste nicht, dass da noch so viele Wachen sind. Ich nutze mir heute meinen Bogen. Der ist auch weg. Da! Ist noch einer. Da kommt noch einer. Und ich treffe einfach nicht. So, das war's jetzt, oder? Ja, sonst wird die Musik weitergehen. Alles klar, das war's. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach oben. Und ich glaube, mit einem Stück aufnehmen wird das nichts. Dafür kackt mein Rechner gerade einfach viel zu sehr ab. Ihr dürftet merken, dass ich nicht 60 FPS habe. Das ist gerade übel. Diese Lags, Alter. Im Sprung gerade auch diesen Mega-Stand... Äh, dieses Mega-Standbild. Ja, ist ein bisschen problematisch gerade, aber egal. So, wow, was bringt es mir jetzt hier zu sein? Noch mehr Lags haben. Ja, ist okay. Ich glaube, es bringt mir, dass ich hier runterspringen kann. Und hier drauf landen kann. Ha. Okay. Wir müssen doch oben lang. Okay. Dann habe ich oben gerade irgendwas übersehen, würde ich sagen. Komm, als ob ich da nicht... Okay, als ob ich da nicht hochspringen kann. Ey, diese Lags. Oh Gott. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen... Wenden wir hier erstmal den Part. Ich habe jetzt auch vier Parts erstmal im Voraus aufgenommen. Das ist jetzt... Ja, also... Ich habe mega gut was im Vorraum aufgenommen. Vorrat voraus aufgenommen. Auch, ähm... Das nächste Projekt. Das dritte Projekt, was täglich dann kommen wird. Ist ja auch schon oben. Ähm... Da kann ich auch sagen. Sitze Skylines ist ja auch schon... Einiges am Stück aufgenommen. So, wie komme ich jetzt? Wo muss ich jetzt hier hin? Muss ich doch wirklich hier oben hochlaufen? Hier hoch? Ne, ne? Da komme ich ja nicht hoch. Hä? Ja, da muss ich hin. Aber wie komme ich da rüber? Naja. Gut, das würde ich sagen. Sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut. Der Rhein. No. Das würde ich jetzt mal wiederholen...